Ich weiß, ich habe selber einen Sprengschein. Ja, ich hatte noch 30 Jahre lang. Und wieso hast du denn das verlängert? Weil ich es nicht braucht. Jedes Mal alle fünf Jahre hinzufahren. Ja, ich habe auch der Abdelmann Dresden gemacht. Ja, die Wiederholungslehre waren unverschädlich. Ja, wunderbar. Wunderbar gefahren. Ja. Macht ihr mit den Platten auch mal eine Lockerungssprengung mit denen? Oder holt ihr die Summenbagger raus? Okay, alles klar. Das wars. Das wars.